Was ist die Integration des Themas Nachhaltigkeit in die Strukturen der ZHAW School of Management and Law? Die Grundlage dafür bildet das Mission Statement und die Strategie der Hochschule. Die ZHAW-SML setzt sich als Ziel, sich als verantwortungsbewusstes Wirtschaftsdepartment zu positionieren und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu leisten. PRIME ist eine UN-Initiative, die Wirtschaftshochschulen dabei unterstützt, Nachhaltigkeit in Forschung, Lehre und Betrieb zu integrieren. Ziel der Initiative ist es, dass Studierende die Zusammenhänge zwischen ihren Handlungen und den ökologischen und sozialen Auswirkungen erkennen und sich ihrer Verantwortung als zukünftige Fach- und Führungskräfte bewusst werden. Die Fachverantwortung und die Koordination der PRIME-Aktivitäten liegt an der SML beim Center for Corporate Responsibility. Da PRIME alle Mitarbeitenden und alle Studierenden der SML betrifft, wurde ein PRIME-Komitee gegründet. Dieses beinhaltet alle wesentlichen Organe der Organisation. Den Direktor, die Ständevertretungen, die Leistungsbereiche und Abteilungen sowie die Studierendenschaft. Die Mitglieder des Komitees agieren als Botschafter und Multiplikatoren von PRIME innerhalb der Organisation. Gesteuert wird die Umsetzung der Nachhaltigkeitsaktivitäten im Rahmen einer PRIME-Roadmap. Diese beinhaltet alle Nachhaltigkeitsaktivitäten in den Leistungsbereichen und den betrieblichen Prozessen der SML. Als Teil der Umsetzung der Strategie läuft seit 2016 die strategische Initiative Gesellschaftliche Verantwortung und Unternehmertum. Diese beinhaltet vier Programme, die sich mit der Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft befassen. Zum einen der Aufbau einer Studierendeninitiative an der SML, der Aufbau des Kompetenzschwerpunktes Business and Human Rights, verschiedene Aktivitäten, die das Gemeinschaftsgefühl an der SML fördern und eine Start-up-Förderung im Bereich Impact Entrepreneurship. Mit dem Impact Entrepreneurship-Programm der School of Management and Law möchten wir Mitarbeitende, Studierende und Alumni der SML fördern, die eine Geschäftsidee haben und die damit einen Impact leisten. Beispielsweise unterstützen wir Ideen, die Umweltprobleme lösen, die die Lebensqualität erhöhen oder auch die Standortattraktivität steigern. www.この Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fuel